Der Sand, die Sonne und das Meer vereinigen sich zu einem fantastischen Ferienparadies am Mittelmeer. Oh, sieh mal da unten! Ich glaube allmählich, kriege ich den Bogen raus. Scott, es tut mir so leid, dass ich so kindisch gewesen bin. Weißt du, was ich an dir so liebe, Kelly? Deine Güte, dein Verständnis. Ich möchte nicht, dass du nochmal aufs Rad steigst. Deine Auffassungsgabe? Ich muss die Tour de la Côte d'Azur fahren. Oh, Scott, bitte! Es wird mein letztes Rennen sein, das verspreche ich dir. Es ist jedes Mal dein letztes Rennen oder die letzte Saison. Du wolltest mit mir in Amerika ein neues Leben beginnen. Das werde ich auch. Das ist unmöglich, wenn du anfängst, wieder Rennen zu fahren. Kelly, es ist für Charlie. Ob er den Job bekommt, wird durch das Rennen entschieden. Hat er dir das etwa erzählt? Ach, komm schon, Scott. Er will nur, dass du weiter Rennen fährst. An dir liegt ihm doch überhaupt nichts. Das ist nicht wahr. Charlie war wie ein Vater zu mir. Es geht doch nur um dieses Rennen. Ich möchte nicht, dass du an den Stab gehst. Ich muss es tun. Ich möchte nicht, dass du an den Stab gehst. Ich möchte nicht, dass du ein Stab gehst. Ich möchte nicht, dass du mal sein soll. Ich möchte nicht, dass du mal sein willst. Untertitelung des ZDF, 2020